Aufnahme startet in 3, 2, 1, jetzt! Finde ich gut, dass du runterzählst. Haben wir die Aufnahme an? Ja. Wow, neue Folge, und damit willkommen zu einer weiteren Folge Pokémon. Rubin und Sophia, Renlin Meistern, Naslok. Ich bin der Herren drüben. Das musst du immer so übertreiben. Nein! Und damit... Er übertreibt nicht, Cole, okay? Nein, das ist schon mal. Gehen wir ingame in 5, 4, 3, 2, 1, guckt mal da drüben! ja ich habe mich fast selber abgelenkt ja ich bin auch sehr gut darin zeit zu verschwenden ja sage ich doch ich finde das kommt darauf an wie scharf das messer ist aktivieren ich hoffe du hast kein gegengift und kein überheiler dabei aber es nervt mich trotzdem ich hoffe du stirbst ein krebs damit ich dieses gewinne wir würden auch reichen einer krebs wir kommen dann zock ich dort weiter ja das ist uns auch klar kommen weil krebs displays hat er doch sowieso ich weiß nicht alle und hast keine glatze keine witze erst mal die witze gemacht hat so ich sagte darüber macht man zu wieviel prozent kratz furie müssen genug dass ich nicht treffe nicht genug das gegner zu 15 prozent glaube ich glaube ich 85 85 gesagt ich werde mal 69 sagt aber 85 ist doch für die krankere sechs stellung ja dazu habe ich schon gefangen das heißt was meinst du mit krank gut oder schlecht ich habe doch im tanzer oder eine weite ich habe fast der kaiser gehen wir aus den augen genau so kommen ach scheiße ich habe mein zettel immer noch nicht geholt dankeschön ich habe mich gerade gefragt warum zu heidon der attacke eingesteckt hat ich habe ich habe mich gerade gewundert warum zu heidon der attacke überleben kann ja zornklinge ist ein sehr fiktive attacke das ist gott ich will aufpassen das ist goethe ja genau das geht schön gut hier ist das der hat das ein lied gesungen ist eine spezielle attacke ich bekommt aber schaden durch raum durch rauhaut das ist hier in 3 immer so immer bei jeder klinge du kriegst auch mit elektro attacken wie habe ich denn mein ding der weit wie er genannt suche keine ahnung das ist mein welches mon egal das ist ja du hast du es auch genannt jetzt haben wir zwei pops du hast auch ein pop ich habe ja mein kapitel geil die dritten bobs so richtige bobs keiner kann uns was außer vielleicht irgendetwas böses nein dann werde ich nicht das böse hallo kamerateam guckt mich an lass mich in die kamera rein kann mir schreiben in die kamera hallo kämpfen wir hier hoch wie habe ich mir gerade selber die nase gespuckt was also so ein riesen zinken oder wie funktioniert das nein ich weiß es ja nicht das ist eine beleidigung für terminus zurück das gefällt ihm am schluss hat er immer schleimiges denn hat du sagst ihm eher schleimier lp mitschleimier lp ja namenstück kappa was paul weiß schon was ich meine paul weiß schon was ich meine ha immer diese insalertschauks sind die besten ich bin kappa ich hätte gern buschelt starbarks wie darocks fliegen reicht nicht für binzia ja wie hat das herrn eingesetzt davor ja momentan regnet es hier auf der route noch das wäre jetzt uncool das sieht man wenn man ein gucken tut ja es regnet immer noch und ich gehe an mein feuer pokémon terminus ich dachte er hatte einen schlaganfall ja ich hast recht ja ich kann nur auf der einen körperhälfte gucken und die hat kein auge mehr also guckst du durch deine rechte arschbacke darum hat karl auf nie ne hose korrekt und läuft arsch vorauf wie im stream hattest du ne hose an was ich weiß du doch selber ja aber ich hab's verdrängt hast du wie damals wo ich zwei coals hatte in meinem stream das war gruselig zwei stimmt du warst nicht dabei du mit dir rede ich nicht mehr ich war dabei doch doch schon egal ich rede trotzdem nicht mehr vorsichtshalber wirklich schutzschild lustig hahaha du hast lustig gesagt wirklich top genesung wirklich pokémon au vorher hat so eine dreckstrainerin eine top genesung super schall und warum macht es glut genauso viel schaden wie flammen gerade der stecker wie lange dauert es mit dem fossil hier bitte ich glaube du musst das gebäude verlassen und wieder reingehen ja okay wie in jedem anderen pokémon spiel ich habe komplett vergessen dass ich das ding in der fünften christus einfach so in die hand gedrückt hier ist dein fossil wie in jedem anderen guten pokémon spiel ich hatte seine 6 und ich habe seine sechsten auch noch so ohne wo die man verreckt nein ich habe mehr glück als verstand gehabt ich meine ich dich ich meine den ja zu wütend gesprochen hat mein fossil ist nicht pokémon ein panikon langweilig ist schon entwickelt finde ich nicht geil also wir dürfen das erste fangen oder wie sieht das aus nur das erste du bist mein erstes keckleon war ein vulkan und die anderen und dann findest du er hat mich gebrüllt wie ist products in der dritten sind brauchbar es geht ich gebe es einfach es wird wahrscheinlich ein besseres einfach mal oder was das wird einfach mal als kohl also besser geht es nicht die weiß nicht gut ich gebe einfach mal ein zweites werden was auch gewesen panik panik und was eindeutig besser ist als was ich davor hatte was ich schon verdrängen hey hast du für vier bekommen das brüllen aber ist der kampf dann weg ja es hat mich gebrüllt ich dachte so wächst ist dann in dem trainer kann ja das ist nicht im pokémon kampf da haben deine pokémon angst und laufen weg und ein das hüftchen was ich zertreten kann hat mich angebrüllt ich lasse mir jetzt beide wachsen weil lapras war zufällig draußen weg du hast doch keine haare mehr ja das habe ich auch voll besprochen kp plus deswegen ja auch mal verloren ich habe nicht mal gebraucht fünfter orden ich habe das schneider nicht mal gebraucht ist die ganze weg zurück jetzt wieder zurück wieso da waren da war ein baum zerschneider hey ja so froh dass alle pokémon die selber kraft reserve haben das erste pokémon das arena ist einfach linia tun und wenn ich meine rosanna hat schlecke ja ich wollte gerade sagen gott oder kette schiller noch nicht gerade seit ich jetzt noch ein bisschen angst alles aber das so ekelhaft du hast es verzweifeln lassen müssen ja genau so hätte es einfach 100 ich habe gewonnen wird ist rosanna auf minus 1 immer noch schneller wie le pumentas ich habe schon wieder aber ich kenne ich kenne es einfach mal nicht und wechselt raus ins schluck ja ich genau die 118 habe ich glaube weil ich die weichheit schocken klinik überhaupt doch gut ich habe schon mal so gute 880 lady anseits bodyguard ein also ich weiß was mit dem moment das passiert ist was er hat sich in die luft gesprengt gegen schiller und der hat überlebt weil wir da hast du raten bei jungen nicht ja ich war so schön naja ich habe noch noch zähler hier auf der box also ich habe noch zu raum ich habe noch körper doch ich hab noch dazu hast du auch ein körper dort batman zeichen batman zeichen hast du hast du hast du hast du hat kennt die schloss bau nein kaputt für vor den hast du gerade blies papa gemacht was was sie sieht aus einem großen stromland muss sagen ist halt immer sie hat wie lange genug das was sie doch hat uns dinge warum was sie lehnt sich fokus hat gefunden habe ich auch naja hat eine gute dienste ja du weißt doch heute ist es deutlich so tolle er hat die einste gute dienste geleistet er hat mir eins gute dienste geleistet der macht einfach jugendsprache gerade doch nicht hab alles richtig gemacht ich hatte zwar keine ahnung was ich getan habe aber alles richtig der hat alles falsch gemacht tm 42 in deinem gesicht ein elikid oh nein es ist so starke ich habe dir einen brief geschrieben und ich habe ich das nicht was ganz normal jetzt auch mal du kalli was hast du gesagt ich war gerade abgelenkt trainer oder leiter trainer wasser sonst würde ich doch schon wieder fünf legies oder kokona bei mir gibt es nur extreme extreme sei mir dürfte er mich gerade bekommen habe die finale reingedrückt und jetzt noch platsche hinterher ich mache jetzt solltest du drüber sein witzig ja ich weiß ich bin das könnte schlimmer sein ja eigentlich eigentlich es könnte explosion sein der attacke die was bringt gegen eine die nichts bringt ja aber deinen eigenen counter zerstören was macht das macht man eigentlich muss ja sein encounter nicht hochjagen so eine attacke kaste einsetzen wann du willst ist hier klar hochjagen in die luft ja ich glaube kann ja technisch okay ich habe kein schlaganfall ich habe ich habe es dazu mache ich habe ein entwerter noch die ganze trainer nur baby punkt meister kommt so ein haupt spross und der klarina den einfach als hartenschwängel oder next 121 21 das ist alles dapda 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 dapоф öpp cuál wir kommen klosters oder 3 6 ich bin Hey, ohne Witz. Er ist ja fast den Meisterball gedrückt, ne? Flick, Glorak! Hinaf in die Lüft! Nicht schon wieder Aroma-Core. Warum spammt Giflor? Ich bin Giflor. Ich hab Blättertanz gegen Aroma-Core getauscht. Und ich hab nur einen Tankenslot. Ich bin gay. Zaptos! Ja, guck mal. Das ist mein Pokémon. Damit kann ich was anfangen. Zum Fangen, oder was? Na. Fuck, fuck, fuck. Ich kann das. Ähm, Beissi. Nicknulli! 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 Mit dem Y da hinten. So. Nicknulli! Jetzt sollst du erstmal trainieren gehen. Was wette, ich krieg die Antik-Kraft-Boost? Irgendwann? Weil der Gegner explodiert und mich danach umbringt. Nicknulli! Das ist korrekt. Let's go! Let's go! Ja! Ah! Ich weiß nicht, ob es eine neue Route ist. Ich könnte mir vielleicht ein Despot da fangen, aber ich hab ja die eine Regel aus. Es ist mir egal. Ich will es nicht mehr riskieren. Ist mir egal. Was, 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 was passiert hier dran? Oh, Mensch, hier kann ich nicht mal heilen, ne? Ne, bitte nicht. Wenn ich das richtig mache. Ja, kann nicht. Zack, zack. Baa! 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 Alles klar! Baa! Kröte versucht bis zu lernen. Was, das ist gar nicht so schön. Da kann ich mir noch gucken, guck mal. Das ist spät. Cool. Haha, ich kann mich gleich ein. So spät. Okay, Hutton 5 in Kautas'n Dick da. Ich bin Vip Game, gay und Lord. Oh nein, es ist dick da. Hahaha, ja, ja, was kriege ich? Top Genesung. Sie liefet mit dem Amphi Ampharos? Amphipampa, dick da. Bleibst du super. Aber ich hab Danish Sex Bang. Dagegen sollst du nicht können. Außer herrs. Eistrahl. Danny Shmeck Dang! Danny Shmeck Dang. Danny Shmeck Dang macht das Ampharos kaputt. Komplett Team geil. Tja, tja. Sonnenkern hab ich schon, das muss ich nicht fangen. Nein, muss nicht. Also des wird noch Sonnenkern, was nun kommt. Wieso fängt ihr es? Ja, ist mir klar, aber du könntest es fangen Nein, ich war mir nicht mal sicher Oh nein, ich werde gebaumwollsaat Auf dem Pokemon, was langsamer ist als der Tod Stoludio, das ist für dich gut Aber scheiße, ist du da nicht Er hätte jetzt nochmal Baumwollsaat eingesetzt Äh, nein, nicht Doch Das ist all cool Oh, mach weiter, was auch immer passiert Oh doch, du gehst weiter Paul, bist du da? Ja, ich bin doch da Erzähl uns mehr Das ist noch nichts passiert Okay, jetzt drauf achten, welches Pokemon man sie reinwirft Okay, Danny hat level 37 Perfekt Muss du nicht drauf achten Absol Ach, jetzt kommt schon Ach ja, mein Darok hat ja eine supergeile, hartgeile Käfer-Assad Alter, wie Gerger Finde ich auch, manchmal denke ich genauso Mein Arenaleiter ist übrigens Fischer-Joe Diktri mit scheuen Wesen Und dann geht der Feelender daneben In dem Arena-Kampf Sie geht auf Schwertanz Was kommt bitte? Glurak, du bist schneller Tu es Treffer Das ist wanted, oder? Easy Nein, überlebt Gluraks Angriff ist scheiße Bam, Junge Glurak mit Feelender Die kleinen zwei Pimmelhörnchen auf dem Kopf, ey Die richten alles Und Ninjas Oh, wie mache ich das? Wo ist meine Poké-Puppe? Ich bin noch nicht durch Und nein, nein, Ninjas Flieg, Glurak Na, Poké-Puppe doch ganz praktisch? Ja, sie hat zwei Pokémon Schwertanz einsetzen Aber Ninjas mit Schwertanz ist Vielleicht bekommst du Schwertanz Nein, Ninjas Und dazu lernen Beide Schwertanz Es ist bei plus vier Ja, und jetzt kommt Oh, meint ihr Stepp fliegen, Junge In dein Gesicht Hier ist Schwertanz zu viel Du willst, solange Du mich nicht angreifst Bin ich voll für Als nächstes kommt Pipi Oh, nein Oh, nein Ein ganzes Pipi Soll ich abgesangt drücken? Obwohl, die wächst es aus Die hat nur noch einen Bomb Achso Und es ist ein All-Mighty-Pipi Guck mal, das zeigt mir Ein Mittelfinger Da es nur drei Finger hat Ist das der Mittelfinger? Korrekt Der Mittler, der Mittelfinger Hier, Ace ist nur Level 33 Komprimator Abgesangt ist So spielen wir nicht So spielen wir nicht Oh, Chancey So scheißen Defensiv zu sein Was kann Chancey Auf Level 26 Komprimator Chancey kann Dich nicht angreifen Es ist Chancey Denk doch mal nach Erstmal nochmal abgesangt Drücken Ich wollte jetzt Surfer drücken Metronom Stafette Es hätte gerade Ne Leute, das hat gerade Kosmikkraft gedrückt Und dann Metronom Stafette bekommen Hätte die noch einen Mon Wäre das fast gefährlich gewesen Das wäre lustig gewesen Das wäre es Aber nur für euch Ja Aber sehr lustig für uns Es kann auch noch ein Idler Natürlich Oh Gott Abgesang steht bei Draschel, hör auf mit dem Scheiß Abgesang von Epipaktis steht bei 1 Was soll das heißen? Du solltest auswechseln Ich habe ausgewechselt Mein Epipaktis kann ja nicht mal abgesangt Warum ist da ein Abgesang-Counter drauf? Wieso nicht? Ja, das gibt keinen Sinn Hat Janere jetzt wirklich nur Komprimatur ein Weichei? Scheinbar Auf Level 26 An sich, ich würde gerne dick da raus wechseln Aber ich traue mich nicht Das stand gerade 100 pro Epipaktis Abgesang-Counter dran Ich habe Abgesang eingesetzt Bin in meinem Bisa-Floor Und Bisa-Floor hat den Abgesang-Counter Das sollte nicht sein Das sollte echt nicht sein Ich bin in meinem Schlemmdich, Baby Boah, Alter, da hatte ich kurz Ja, Starter Abgesang Out of Nowhere, weißt du? Was war TM40 eigentlich? Aeroas Oh, bitte sein Chlorakant Ja, und nein, Sichlo Wenn das irgendwas Geiles ist Platsche Schon wieder Oktazuka Das ist die Spezialattacke von... Echt? Wow Was ist denn das für ein Typ? Wasser Wasser Ich kann Chlorak Oktazuka beibringen Und Schneidi auch, weil Schneidi bringt das nichts Naja Chlorak-Wasserattacke halte ich jetzt nicht für so sinnvoll Ich habe schon Eisstrahl Also ich sage gleich, ich weiß nicht, wie lange der Kaffee gehen wird Cool Dann die Schweiger Ach, geh weiter Du Schnuckelchen Oh Nein, nehm, wie hast du Zornklinge Und meins beim Schwertern zu put Warte, Weichei hat nur 10 AP oder mehr Du musst mal schon 10 Okay, gut Zahltag Zahltag Ich glaube, das wird es wirklich so ein AP-Spiel Give me money Money, 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 money Money, 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 money Welches Pokémon habe ich auf 120 gefangen? Money, money, money In my tummy Is ein geiles Gefühl Take me on Take me on Take on me Take me Take me Take on me Take on me Take me on Ich kann die Spezialverteidigung singen Was nochmal? Ich kann Knirscher eigentlich die Spezialverteidigung singen Naja, gibt schon Sinn, dass es früher noch Spezial war Ja, was macht er aus, was auf keinen Sinn So Los, Cold Ice Ja, wie dieser Routenschlag die Verteidigung senken Ja, es haut dich mit einem Schwanz Das senkt deine Verteidigung, weil du es so lächerlich findest, dass du anfängst zu lachen Und dadurch deine Verteidigung verhauen Naja, da werde ich nicht mit dir argumentieren Ich weiß, du bist der Profi, wie ich von dem Schwanz verhauen werde Da werde ich nicht mit dir argumentieren, du wirst wahrscheinlich recht haben Korrekt Ist dir selber nicht aufgefallen, was du gerade gesagt hast Ich habe eine Wildbeerbeere bekommen Wo eigentlich ein Nugget liegt Was für ein Nugget Das ist eigentlich ein Nugget Ja, la 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 Fick dich, oh wei Fick dich, oh wei Fick dich, oh wei Fick dich, Delfi Okay Ja, ist das okay Nein Heiß, oh wei Schlafen von du, Rügelzeichen Es regnet, deswegen habe ich dich mit Blut nicht gewonnen Es war ein Schnäppchen Neue Dose Danke Ich habe das hast du nicht von mich ermahnt, dass ich nicht darauf achte, dass es regnet Oder ging es uns? Zu viele Wörter auf einmal nicht hör ich mir zu Hast du mich vorher nicht ermahnt, dass ich nicht darauf geachtet habe, dass es regnet? Das ist jetzt nicht genauso viele Wörter gewesen Nein, es war zwei weniger Nein, er hat ungefähr fünfmal weniger gestottert Achso Natürlich habe ich dich ermahnt, das heißt aber noch nicht, dass ich auch dran denke Und das weißt du ganz genau Stimmt, Herr, mir noch so denken, ich weiß Ja, so korrekt Sag jetzt, wir haben die Rügelzeichen Der Trainer war jetzt schon ganz schön fies Und geil Auf dich Und voll geil Oh nein Schlappenhaut Nein, oh Mann Loll, ach am Arsch Nie mehr mit Sepp, 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 angeln und reden, diesen Böse Ich will nicht weitergehen, weil die Folge ist schon bald zu Ende. Die ist schon ewig vorbei. Oh Gott, Notfall! Notfall! Ihr könnt ruhig noch weiterspielen, ich sitze immer noch vor Schanera. Ja stimmt, deswegen haben wir weiter gespielt. Das dauert noch ein bisschen. Hast du irgendwie Aeroas oder Schockwelle oder sowas? Irgendwas physisches, egal was. Naja, er hat halt Komprimator gespammt. Genau, ich kann mal so, und hier auf der Rude läuft Dragoran rum. Hätten wir dann alle aus, dass schon ein Trattini-Entwicklungsgedöns gehabt? Ja. Ich sogar zwei. Ich glaube, ich habe einen Trattini und einen Dragoran hier. Mir würde noch ein Dragoran fehlen in der Sammlung. Scheiße, Server hat keine AP mehr. Scheiße! Das ist nicht das Problem. Das Problem ist, dass die Gegner noch AP hat. Da rät er, da rät er, da rät er, da rät er, da rät er. Weißen, nicht. Da rät er, da rät er, da rät er, da rät er. Du kannst gerade gegen einen Normal-Punkleman der Untermerkspiele. Da rät er, da rät er, da rät er, da rät er. Ich glaube, das ist ein Jahr. Nein, ich kämpfe gegen Astragoran, weil es gute EP gibt. Janera, Janera. Das Janera ist bei 15 Prozent, reden wir weiter. Weich, weich, weich. Ich treffe halt gar nichts mehr. Ich gehe jetzt nicht, weil du das so ein Trainer und Kampon. Du kannst die Trainer ruhig noch machen. Ich glaube, du bist wahrscheinlich noch vor mir fertig sollen. Das ist der Eisstrahl auf Geilofratz. Wann kommt Privale wieder? Was passiert? Was passiert? Was passiert? Mein Slimer ist tot. Aber es ist nur ein Slimer gewesen. Mit Zahltag. Mit Zahltag. Und Zollepanzer, das hätte ich nervig werden können. Das war aber mein süßes Slimer, was ich seit Level 10 glaube ich habe. Du bist ganz schön geil. Level 36. Scheiß Drago ran, was mir nicht flüchten lässt. Obwohl ich 10 Level drüber war. Wieso schickst du? Es war ein Lied. Es ist ein wildes Entwür. Ich werde dem Spauhänken ein Bein stellen. Vielleicht seine Perle und verreckt was soll. Irgendwie trainiert aber, die sind alles so fies, die Pogmon, von denen habe ich Angst. Hat es Weichei eingesetzt. Ich glaube, ich nehme es Karpadop mit zu ziehen. Gott verdammt, ey. Gott verdammt. Er denkt, dass er den Kampf spielen darf. Nein, ich spiele nicht. Nein. Nein, darf er nicht? Ich weiß gar nicht, wie lange die Folge wird. Ich spiele weiter. Nein, er darf nicht mal diesen Kampf spielen. Okay, Schanera ist bei 50% weh. Das hat noch irgendwie Weichei. Also, noch irgendwie eine AP in Weichei. Ist ja noch cool. Hier gibt es Anferos. Ja, genau. Ich glaube, ich hatte auch schon mal die Chance auf den Anferos, aber das hat mir irgendein schlechtes Mann genommen. Ich will Meisterballen und dann ein cooles Legendärs. Ich will Meisterballen. Ja. Nicht Eddie. War da gerade schon, wer das normale... Nee, wie heißen der? Kappas normale Stimme. Ja. Ich habe ein Netzball gefunden. Geil. So, und wenn jetzt Krakenalp keine 2 Level aussteigt, dann raste ich aus. Das Namensgebungsgott. Da stellen wir es, ich dachte mir erst so, komm, du schickst Poodox rein. Ach, warte. Das kann ja nur Herbst, ne? Das kann ja nur Herbst. Ich habe eine Herbstschuppe bekommen. Jetzt kommt der wieder mit irgendwelchen Heißes. Was ist eine Herbstschuppe? Die sind für Attacken an der Hände, oder? Ey, Kulischanera. Ach, Herbst. Ich dachte, die Herbst. Okay, das ist dann ja auch nur noch Verzweifler. Oh, es geht voran. Ja, nur dass der Verzweifler Rückschussschaden einfach gar nichts macht. Es geht also nicht voran. Ja, aber du kannst es jetzt angreifen, ohne dass es sich heilt. Weiß ich kann es, ich muss es nicht mal treffen. Oh, Zauberwasser, Steps, Surfer und Regen gegen ein Ponyta. Okay. Das wird schrugelt. So, Gewaltrohr hat jetzt endlich seine schlechte Attacke verlernt. Ich mache jetzt voll die coolen Beiktricks. Und jetzt hat es mega Schmengel. Gott, ey. Der Kriegner Anfall. Ja, tut mir leid, hier online Anfall. Ja, genau das meine ich. Ich denke, ich rede einfach in den nächsten Part gar nichts mehr. Das ist echt besser. Ja. Bist du nicht fertig? Alter. Alter. Ich mache gerade die ganze Zeit Beiktricks und ihr? Ich mache, ich spiele halt weiter. Ich trainiere Beiktricks. Ich habe Angst vor dem wilden Pokémon hier. Und sie haben anstratiert hier. Weil du hast Beiktricks, der ist total. Das ist das schlau, die du hier zu tun. Die denken, du bist ein Retard. Nein, ich habe die coolsten Tricks drauf. Ich habe gerade einen wilden Kampffang. Felino, ich habe einen Warlord. Okay, ich kann es speichern. Ich auch, ich muss nur kurz fliehen. Ja, ich auch. Ja, ich auch gleich. Wie gleich? Das ist ein näheres im roten Bereich. Du hast doch gerade so einen Erleichterungslaufzeit. Leck mich, dann spiele ich weiter. Dann fange ich mir doch noch an. Ja. Okay, letzter Akku, Knarre, schade. Noch ein Hydrofi. Hab ich schon. Nur noch zweimal Aquaknarre, komm schon. Ich hole mir noch ein paar versteckte Trainer. Ich hole mir irgendwann mal die Aquaknarre. Ich spiele kurz das Spiel durch. Das kannst du mir gerne machen. Ja. Wahrscheinlich bin ich immer noch dann bei Chaneera. Da kommt irgendwie der Hypertrank und den ich nicht erwarte. Und dann ist wirklich vorbei. Da kommt gleich, wenn wir das besiegt, das kommt einfach ein Toppe Leber. Alter. Voll geil. Toppe Leber. Chaneera, komm schon. Nee, sie wechselt gleich aus in ihr, ähm, Dingses, sie heißt das Fisch. Oh, belebe. Ey, die Kresselia wechselt sie gleich aus und setzt Lunatanz ein. Ah, ja, dann geht man nach Hause ohne Witz, ey. Dann beende ich meine Pokémon-Reise. Was? Chaneera. Okay, ich hab's besiegt. Dann macht er wirklich nur gerade ein Elekid. Ich hab schon eins. Ach, die hat ja noch ein Pokémon. Alter, noch ein Chaneera. Chaneera, Chaneera. Die Folge wird niemals enden. Chaneera. Was kommt jetzt? Stellen wir oben auf Livestream. Oh, nee. Grafaring, okay. Lass mich so hin. Das wird gleich irgendwas Surprise knirschen und er ist tot. Weißt du, wenn da jetzt so ein Heizairer vor mir gestanden wär? Ohne Witz. Nee. Ich hasse dich, Bisa Floor, ich hasse dich. Meins oder ein anderes? Ein anderes. Danke. Beide? Ich mein, mich darfst du hassen, aber in Bisa Floors heilig. Das Hass, Heinz. Okay, Kraken, PSW-Wir wird 20. Wir können die Folge beenden. Nee, ich verbringe dich. Moment, ich kann euch beenden, ich bin im Kampf. Ja, wir wollten jetzt nicht eine halbe Stunde warten und nichts tun. Ich kann auch gerne eine Stundenfolge machen von mir aus. Ich weiß, wie ich dich nenne, Elikid, ich nenne dich Chappi. Warte, ich nenne mich irgendwelche Top-Ether oder sowas. Dann wird beenden, bitte. Also ich kann jetzt prinzipiell fast gleich so. Ja, ich bin dafür, dass ich beenden. Ich auch. Speichern. Okay, wir wenden diese Folge. Tschüss, ich muss Pipi. Heißt, wie euch gefallen hat, dann auch bitte positiv. Wir werden kommentieren und abonnieren. Er muss Pipi, ich habe mir das raus und tschüss. Tschüss. Er muss Pipi.